Hallo! Heute sprechen wir über die technischen Fachwirte, Teil 2, NTG, aus dem Jahre 2017, Strich 1, also dem Frühjahr, und besprechen möchte ich aus diesem Prüfungsloop die Aufgabe 4. Bei der Aufgabe 4 geht es um eine elektrische Aufgabe. Ein Lötkolben wird betrieben. Ein Lötkolben wird betrieben, schreibe ich mir kurz mal kurz raus. Das ist Lötkolben, P, und jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich das bezeichnen möchte, P, T für Teillast. Naja, um 60% reduzieren, verbleiben noch 40%. Der Schalter soll hier zum Beispiel ein Schließer sein, also soll ich ihn schließen. Naja, dann hätte ich ja genau die Betriebsart wie hier, das kann es also nicht sein. Also wir brauchen einen Spannungsabfall, und den produzieren wir uns quasi durch einen Vorwiderstand, den wir hier jetzt einsetzen wollen. Der soll jetzt... Benzin und Tock Dann Und Wir brauchen Okay Ich Dann Und Jetzt Vielen Dank.